Wenn Sie durch einen Stau zu spät zur Arbeit kommen, dann ist das Pech. Das gehört zum allgemeinen Lebensrisiko. Da können wir also keine Ansprüche herleiten gegen den Unfallverursacher. Sie müssen nämlich selber dafür Gewährleistung tragen, dass Sie pünktlich zur Arbeit erscheinen. Und wenn Sie jetzt zu spät kommen, denn Arbeit ist ja eine Bringschuld, und zwar am Ort der Arbeit. Denn die Arbeit beginnt ja nicht bei Ihnen zu Hause, sondern im Büro oder im Werk. Und da müssen Sie eben pünktlich sein. Und wenn Sie zu spät kommen, dann riskieren Sie eine Abmahnung oder möglicherweise im Wiederholungsfall sogar eine Kündigung.